Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Die Folgen von Star Trek Discovery 11 und 12? Nee, 12 und 13? Ach, ich krieg das nie. Egal. Die Folgen heißen Blindes Verlangen und Auftakt zur Vergangenheit auf Deutsch. Die Folgen, in der eigentlich das komplette Mirror Universe schon wieder abgehandelt wird. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal ein bisschen Werbung. Genau. Und wie immer findet ihr uns regelmäßig, nicht nur regelmäßig, sondern auch immer auf unseren Webkanälen, auf nerdizismus.de. Wir sind vertreten auf Facebook, wir sind auf Twitter und Instagram. Überall sucht einfach nach Nerdizismus. Ihr findet uns direkt. Und natürlich könnt ihr das Ganze hier auch bei iTunes hören. Ebenfalls nach Nerdizismus suchen. Und dann seid ihr glücklich mit allem fortan weiter. Schön, uns zu folgen, uns zu kommentieren, uns zu besprechen. Wie dem auch sei. Einfach Nerdizismus. Und ihr seid dabei. Genau. Und kommentieren ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben wieder etwas Feedback bekommen. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und natürlich antworten wir auch möglichst immer auf alle Kommentare, die uns erreichen. So hat uns zum Beispiel der Oliver geschrieben. Hallo ihr Mikro-Influencer. Ihr habt euch ja beide darüber beschwert, dass bei Disco die Leute so plötzlich wegsterben und dieses typische Star Trek Familienfeeling fehlt. Das hatten wir in der letzten Folge ja gesagt. Und ich hatte das ja auch in einem Blogartikel dazu geschrieben, dass ich eben der Meinung bin, dass Star Trek Discovery kein Game of Thrones und auch kein Lost ist. Beziehungsweise Star Trek eigentlich kein Game of Thrones und kein Lost ist. Es könnte es sein, wohlgemerkt. Es könnte es sein. Ja, aber wollen wir das haben, können wir später noch drüber reden. Er schreibt weiter. Der Grund ist vielleicht das Konzept von Brian Fuller. Der hatte geplant, dass jede Staffel eine neue Story mit einem neuen Schiff, Ort und neuen Personen gibt. Ähnlich wie bei American Horror Story. Da hast du recht, lieber Oliver. Das haben wir auch, glaube ich, in den ersten zwei, drei Folgen durchaus mal thematisiert. Ging vielleicht ein bisschen unter. Ja. Fuller verließ das Produktionsteam angeblich, weil er dieses Konzept nicht umsetzen durfte. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. War wohl auch zu teuer, immer eine Anthology-Folge oder eine Anthology-Staffel zu machen in einem Sci-Fi-Setting mit immer neuen Schiffen, immer neuen Modellen, immer neuen Uniformen. Ist, glaube ich, auf Dauer wirklich ein bisschen teuer. Ja, und da letztendlich. Ich meine, CBS ist nicht unbedingt beliebt bei den Star-Trek-Fans, was das angeht. Die haben das Franchise in den letzten Jahren und eigentlich, als es auch draußen war, immer recht stiefmütterlich behandelt, soweit ich es gelesen habe aus der Historie. Und von daher kein Wunder, dass sie es jetzt auch bei so einem kleinen Streaming-Kanal wäre, denen die Produktionskosten wahrscheinlich doch zu teuer gewesen sind, wenn sie Fullers Konzept komplett genutzt hätten. Aber dazu muss man auch sagen, Fuller, der ist auch extrem, was das angeht. Ich meine, der hat ein paar geile Sachen hingelegt, aber der ist auch, entweder sind seine Serien gecancelt worden, wie zum Beispiel Hannibal oder Pushing Daisies. Nach wenigen Staffeln waren zu teuer, hatten nicht genug Fans dabei oder wegen kreativen Differenzen jetzt, wie bei American Gods ist der Upcount. Also es scheint nicht so leicht zu sein, mit Fuller zusammenzuarbeiten oder er hat einfach keinen Bock, mit den typischen Studiombossen zusammenzuarbeiten. Das kann natürlich alles möglich sein, aber wir lesen noch ein bisschen weiter. Er sagt, alles nur vom Hörensagen, keine belegbaren Fakten, aber für mich sieht es danach aus. Wir waren auch nicht dabei, wir wissen es auch nicht. PS, wenn Chris auf Genauigkeit seitens der Star Trek-Macher besteht, dann sollte er das auch bei sich selbst und den Namen widerspiegeln. Gläuber. Vielleicht hörst du dir mal andere Podcasts von uns an, ich sage nur Captain Plasma. So, weiter geht's. Der Martin schreibt uns. Hallo Chris, hallo Michael. Ich wollte euch nur Danke sagen für euren Track-Nerd-Podcast, über den ich gestolpert bin, als ich Michael bei einer Folge von der mündlichen Prüfung gehört habe. Auch nochmal hier schönen Gruß an die Kollegen. Genau. Es ist eine Conversion gelungen. Wunderbar. Ja, genau. Nun bin ich ja kein wirklicher Nerd und auch kein wirklicher Trackier. Mit Star Trek Discovery und Netflix bin ich und mein mittlerer Sohn wieder eingestiegen in das Star Trek-Universum, beziehungsweise für ihn relativ neu. Ich habe lose früher das Original Star Trek, dann TNG, Voyager, Deep Space Nine und die Filme geschaut. Bis auf die neuen Enterprise mit dem Archer, die waren nicht so mein Ding. Ich höre eure Folgen immer danach und finde ganz spannend, wie ihr das Ganze so seht und was es noch alles so für Kniffe gibt, auf die ich nie gekommen wäre oder Sachen, die nur ihr gesehen habt. Aber dafür gibt es euch ja. Außerdem finde ich es spannend, dass ihr meines Erachtens total verschieden seid und auch unterschiedlicher Meinung seid und die auch gegeneinander vertretet. Da muss ich jetzt mal kurz sagen, lieber Martin, Dankeschön. Du hast es verstanden. Du hast das Sendungsprinzip wunderbar verstanden. Ja, allerdings muss man ja zu sagen, gut, wir streiten uns natürlich regelmäßig in Diskussionen über gewisse Dinge, aber ich glaube, insgesamt sind wir da schon bei vielen Sachen auf einer Wellenlänge. Deshalb funktioniert das auch ganz gut, wenn man in sich über die Details gut unterhalten kann und vielleicht da nicht einer Meinung ist, aber das grundsätzliche Thema mag, das ist schon das Beste für eine Diskussion, was es geben kann. Ja, das sehe ich genauso. Er schreibt weiter. Das hört sich öfters vielleicht härter an, was gemeint ist und ich finde das super positiv, weil dadurch Mensch erstens mal verschiedene Meinungen zu hören bekommt und dadurch auch mehr Raum für Diskussionen und Spinnerei entsteht, die ich schon bei mündlicher Prüfung so liebe. Die beiden, Jan und Erik, sind dann auch total verschieden und zusammen unausstehlich. Also in diesem Sinne, macht weiter so. Möge das unendlich so weitergehen. Ob ich jemals eine Convention gehe, weiß ich nicht, wo ihr demnächst seid. Schauen wir mal, schönes Wochenende wünscht der Martin. Ja, von mir aus kann das auch unendlich so weitergehen. Das hieß nämlich, dass ich noch ganz viele Jahre vor mir habe und nicht einfach eiskalt sagen muss, mit 40 ist die Hälfte rum. Von daher vielen Dank. 40 ist das neue 20. 40 ist das neue 20, ja. Ja, was sagst du so einfach? Drei Wochen bin ich, nee, zwei Monate bin ich 41. Alter Sack. Na gut, dann Juli schreibt uns, nicht näher identifizierbar. Ich bin bei vielem eurer Meinung, finde es allerdings voll okay, den Kanon freier auszulegen. Wenn es gute Gründe dafür gibt und da reicht mir als Grund zum Beispiel Hologramme, dass es technisch aus heutiger Sicht Blödsinn wäre, dass sie so etwas nicht haben. Früher hat man sich die Zukunft anders vorgestellt und ich möchte heute nicht die Zukunftsvision der 90er sehen. Doch, guck dir TNG an, dann siehst du die, ja. Da ist das ja im Grunde genommen alles dann drin. Geschichten müssen sich der Zeit anpassen, sonst werden sie unglaubwürdig. Ich allerdings finde auch, dass Discovery einiges besser erklären könnte und anscheinend ohne Not vom Kanon abgewichen wird. Noch was, ich bin eigentlich nicht sehr empfindlich, was Spoiler angeht, aber in einem Nebensatz mal eben was Wichtiges zu einer anderen aktuellen Serie, in diesem Fall Westworld, rausholen, muss doch nicht wirklich sein. Ja, lieber, liebe Juli, das stimmt, da geloben wir auch Besserung. Wir haben einen nicht ganz unwichtigen Twist bei Westworld wirklich in so einem Nebensatz rausgehauen. Mehr Kulpa soll uns nicht wieder passieren. Genau, ist auch generell eine Sache, bei der ich zum Beispiel bei Interviews oder anderen Dingen mal mehr darauf achten muss, weil irgendwie brauchen wir sowas wie eine Spoiler-Warnung. Das machen mittlerweile viele Seiten in den Webtexten, dass die irgendwas, die Spoiler verbergen und dass man jetzt draufklicken muss. Oder vielleicht machen wir jetzt ab jetzt irgendwie so einen fetten Warnton mal, dass nämlich Spoiler kommt. Ja, sollte man vielleicht ab und zu mal machen. Ich bin da auch nicht so empfindlich, aber... Eine Hitze der Diskussion kann da schon mal passieren. Ja, das stimmt. So, soweit also zum Feedback. Vielen Dank und auch hier wieder der Aufruf an alle, die uns jetzt hören. Wenn ihr da euch äußern wollt zu unserer kleinen Show, dann immer her damit. Die Kanäle kennt ihr ja jetzt. So, dann steigen wir mal ein. Und jetzt habt ihr auch gehört, dass Chris auch gerne auch lange Briefe komplett vorliest. Wir lesen alles komplett vor. Also, ich würde hier auch die übelsten Beleidigungen vorlesen. Ich beleidige dann einfach nur zurück. Also, das muss euch natürlich allen klar sein, wie es in dem Wald reinkommt. So schallt es auch heraus. Aber, wie wir an ganz oft anderer Stelle schon gesagt haben, das ist hier kein Wohlfühl-Podcast. Also, wir kritisieren hart, dann darf man uns auch hart kritisieren. Solange die Sache sachlich bleibt, ist alles gut. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Genau. Und ein Podcast sagt ja auch schon, das sind alles persönliche Meinungen. Wir haben ja auch nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein und objektiv zu sein. Wir sind ja schon subjektiv, was das Thema Nerds angeht. Das ist richtig. So, jetzt habe ich es zum dritten Mal angesetzt. Und beim vierten Mal würde ich jetzt gerne dann die Folgen einkriegen. Ja, passt schon. Alles klar. Ja, Folge 1, beziehungsweise Folge 1, die erste Folge, die wir heute besprechen, Blindes Verlangen, war ja eine recht kurze Folge mit 37 Minuten. Da war ich ein bisschen überrascht. Die war, ist mir nicht aufgefallen, die war in der Tat kurz, ja. Also 37 Minuten ist schon zehn Minuten kürzer als sonst so im Schnitt, die Dinge. Ja, fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also, gerade bei der Folge hat es mich doch insgesamt etwas gestört, dass wir jetzt keinen großen Fortschritt, also letztendlich habe ich so ein bisschen die Action vermisst in den Mirror-Universe-Folgen, die erst nur die letzte Folge so richtig hatte. Ansonsten dann so ein bisschen vor sich rumgedümpelt, auch in dieser Folge hatte ich das Gefühl. Naja, du weißt ja, dass ich diese Folgen immer als Zweiteiler betrachte. Also für mich passen ja, sagen wir mal, bis auf diese eine Harry-Mudd-Folge und, ja, und noch eine, ich glaube, einmal oder zweimal wurde es ein bisschen unterbrochen, als wir auf diesem Planeten waren und so. Aber eigentlich ist es doch immer eine Doppelfolge und ich finde, das ist hier eine richtig klassische Doppelfolge. Ja, bestimmt. Ganz trennen kann man es jetzt nicht wirklich, aber wenn man es so sehen würde als abgeschlossener Storystrang, wäre das hier das Finale, die finale Doppelfolge der Mirror-Universe-Lager. Genau. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich darauf wette, habe ich irgendwie meine, ich habe, glaube ich, mein nicht vorhandenes Haus darauf verwettet, dass diese USS Defined das Flaggschiff ist. War es dann nicht? War dann eher das Kreuzfahrtschiff aus Wall-E, wenn du mich fragst, mit einem riesigen Planetenkern drin? Das war, was ich irgendwie ein bisschen albern fand, aber okay. Na, die Aktion bei Wall-E sah schon anders aus. Die war mehr gestreamlined. Das war eher wie so ein Schiff aus, ich würde schon fast sagen, Stargate, wie diese Goa-Old-Mutterschiffe. Nee, weißt du, wie das Schiff, oder man müsste jetzt mal, ich habe es jetzt gerade nur so ganz rudimentär im Kopf, aber sah das Kreuzfahrtraumschiff aus fünften Element nicht so ähnlich aus? Also auf jeden Fall fand ich dieses Flaggschiff-Design, also ganz ehrlich, ich will nicht schon wieder motzen, ja. Aber das ist so, wenn so ein Fünfjähriger ein Raumschiff zeichnet, dann würde es so aussehen. Ja, das stimmt. Aber okay, ich verstehe, was du meinst. Es hat so ein bisschen diese runde Stromlinienform. Nee, es ist so lächerlich protzig. Ja, aber das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Die haben ja auch nur durch dieses Schiff, so wie wir erfahren, haben die ja die ganze Macht an sich gerissen und dann können die Macht überhaupt halten. Nee, ich meine so vom Aufbau her, noch eine Fahnenstange und gut, das passt dann auch wieder. Ja gut, wir sind im Terraner-Universum und da protschen die immer rum. Ja, okay, gut. Also von mir aus, dann soll das so sein. Ist jetzt auch kein Ries. Ich fand es halt ein bisschen, ja, ein bisschen albern, ja, in seinen Ausmaßen und so weiter. Wo ich dann lachen musste war irgendwie, dass sie die Imperator Georgiou ja einen Namen hat, der ja einer Daenerys zur Ehre gereicht. Ich hab mir das mal aufgeschrieben. Achso, ja, die ganzen Titel. Mutter des Vaterlandes, Lehnseher von Vulcan, Dominus von Chromus, Regina Andorier, Imperator Philippa Georgiou Augustus, Japanius, Centaurius. Mhm. Und dann, das Ganze, also da waren einfach viele, komm, ich bin jetzt nicht böse, ich sage, das war jetzt nicht irgendwie gemacht, sondern das waren viele Zitate. Weil das Ganze sah auch ein bisschen aus, ich hab gerade letztens nochmal auf Netflix reingesappt in den 80er-Jahre Flash Gordon. Mhm. Der Imperator Ming, der hat, das ist so eine ähnliche Nummer. Das ist alles irgendwie so ein bisschen over the top und ein bisschen extrem viel Inszenierung und extrem viel Pathos und, ja. Was auch wieder zu dem ganzen Mirror-Universe einfach passt. Ja, natürlich, zu dem Mirror-Universe passt es irgendwo, klar. Ja, und ich glaube letztendlich, wenn es so klassische Herrscher, so alte Herrscher gibt, dann haben die meistens so riesige Titel gehabt. Das ist ja jetzt nicht nur von Game of Thrones so, aber ich glaube, dieses Protector of the Realm und so, ich kann mir vorstellen, dass früher Kaiser oder Clan-Chefs auch mit mehreren Titeln angeredet worden sind, weil das einfach die Eroberung darstellt, die die durchgeführt haben. Das ganz sicher, nur muss man es halt auch ein bisschen im heutigen Kontext sehen und dann nochmal 200 Jahre in die Zukunft, dann kann sowas halt auch ein bisschen albern wirken. Also, ja, also, okay. Also, worum geht es in der Folge? Die Michaela und der Lorca haben den Plan, dass sie den Lorca auf dieses Mutterschiff oder auf dieses, ja, Mutterschiff bringen. Und dass er sich dann dort befreien kann, sie sich derweil bei der Imperatorin wieder einschleimt und sie dann zusammen, jetzt muss ich gerade nur überlegen, die Datenklauen, was wollten sie nochmal haben? Braucht noch irgendwas? Die brauchten die Daten für die Defiant, also was die Defiant genau gemacht hat. Richtig, wo nämlich diese interphasische Spalte ist, damit sie wieder zurückkommen. Genau. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ihr die aber nutzen würdet, dann würdet ihr in der Kirk-Zeit landen, also nach zehn Jahren nach vorne, aber okay, das haben sie ja dann nicht gemacht. Was auch interessant gewesen wäre, in diese Zeit reinzuspringen. Ja, ich hatte so echt die Hoffnung, ich war so, okay, jetzt habe ich den Kniff verstanden, okay, wir brauchen diesen zugegebenen großen Umweg, um dann irgendwie uns am Ende in der letzten Folge diese dann nochmal auf die U-Enterprise mit Captain Kirk oder so irgendwas treffen zu lassen. Das hätte ich geil gefunden. Aber alles, was ich geil finde, kommt nicht vor. Deswegen kriege ich auch das Dschungelcamp. Da kommt zu viel Unerwartetes, oder was? Da sehe ich echte Gefühle, glaubwürdige Emotionen, Menschen auf Nikotinentzug, gemachte Brüste, echte Brüste. Haben wir die Diskussion nicht jedes Jahr wieder aufs Neue? Ja, ich weiß. Dieses Dschungelcamp, tut mir leid. Ich habe jetzt die Tage mal durchgesappt, aber auch nur, weil Fernsehen angegangen ist, als ich mein TV angestellt habe. Und ich habe zwei Minuten mal geguckt. Ich kenne keinen Schwein von denen. Ich habe keine Ahnung, wer das alles ist und mir ist es auch sowas von scheißegal, wer da ist. Ich meine, das Ding ist doch jetzt, wie viele Jahre ist das auf Sendung? Zwölf Jahre doch genauso ausgelutscht wie Wer wird Millionär. Nein, diese Staffel ist schon wieder gut. Aber pass auf, sonst haben wir wirklich, wenn ihr meine Meinung zum Dschungelcamp hören wollt, dann hört euch einfach ungefähr die Folge von letztem Jahr. Das könnte eine Walking Dead-Folge vielleicht gewesen sein oder Deadpool. Na, guckt einfach mal irgendwann auf eine Folge im Januar, Februar, da haben wir das Thema schon mal gehabt. Also komm, zurück zur Discovery und Insumierer Universe. Das Problem bei Discovery finde ich jetzt in der Tat bei den Folgen auch hier und deshalb habe ich mich ein bisschen gelangweilt. Ich meine, es mag auch vielleicht daran liegen, dass wir so viel diskutieren und Theorien ertüfteln oder uns erlesen, die uns die ganze Überraschung wegnehmen. Allerdings finde ich Discovery vorhersehbar. Da passiert nichts Überraschendes. Da denkt man, die haben vielleicht noch einen kleinen Twister und drehen das Ganze in eine interessante Richtung und dann gehen sie den einfachsten Weg immer, den es zu gehen gibt. Und das finde ich mittlerweile das Langweilige. Da fand ich den Klingonenkrieg ja schon interessanter und das, als wir am Anfang den Sporenantrieb mitbekommen haben. Aber gerade im Mirror Universe ist alles sehr vorhersehbar, beziehungsweise überrascht nichts wirklich. Also hat es dich nicht überrascht, dass dann der Stamets auf sein alter Ego in dem Sporenuniversumsnetzwerk parallel Phase trifft? Nö, das hat mich nicht überrascht. Ich meine, einerseits haben wir ihn ja schon ein paar Folgen vorher gesehen im Spiegel. Aber lass uns mal auf diesen Spiegel zurückkommen. Ich verstehe das nicht. Das mit dem Spiegel macht keinen Sinn. Also ich weiß nicht, warum war der dann, das kapiere ich nicht. Kannst du mir das erklären? Denn die beiden Stamets sind ja mit den Sporen irgendwie verbunden, dadurch, dass die dieses Genzeug reingepackt haben. Deshalb ist ja auch die Verbindung so groß, dass Stamets, wenigstens der Geist von Stamets, auch in das Sporennetzwerk hineinschlüpft. Und das ist mit dem anderen schon vorher durch einen Unfall passiert. Und vielleicht sollten wir das gar nicht, also sollte er das gar nicht sehen, dass sich im Spiegel irgendwer anders bewegt hat. Sondern das war nur ein Insight für uns Zuschauer, die erkennen sollten, okay, da geht noch mehr ab. Und der ist jetzt irgendwie zwischen allen Welten. Und in diesen anderen Welten geht noch was vor, wo ein anderer Stamets ist. Für mich war es keine Überraschung, weil wir haben jetzt keinen Charakter bisher, fast keinen im Mirror Universe erlebt, der nicht abgrundtief böse oder das Gegenteil von dem war, was die anderen waren. Die Rebellen vielleicht. Aber alle anderen sind einfach klischeehaft böse. Und da ist auch ein Stamets, der sowieso ein verrückter Wissenschaftler ist, noch der verrücktere böse Wissenschaftler da drüben. Das erklärt aber jetzt immer noch nicht, also dann war es eine Szene ohne Payoff im Grunde genommen. Eine Szene um des Effektes willen. Damit wir alle vor dem Fernseh sitzen und sagen, what the fuck? Genau, genau. Es hat nicht wirklich funktioniert, weil wir noch keinen Plan hatten, dass es ein Mirror Universe gibt oder dass der Sporenantrieb, der Sporennetzwerk auch in andere Universen reingehen kann. Ich meine, sie haben es so ein bisschen versucht anzuteasern, wo wir jetzt durch diesen großen Offenbarung von Lorca, wer jetzt Lorca ist, das auch mitbekommen haben. Es wurden so kleine Brotkrumen gestreut, aber diese Brotkrumen waren für mich nicht groß genug. Also wir haben es erraten, deshalb vorhersehbar. Aber trotzdem passt es, die Verbindung ist es zu nebensächlich gewesen. Es hat keine Verbindung zur großen Story gehabt, zu dem, was in den Episoden vorgefallen ist. Und das ist eigentlich das Gute an anderen Serien, die Infos reinstreuen, wo man merkt, dass die irgendwas mit der Vergangenheit oder Zukunft zu tun haben. Dass die nicht einfach nur reingeworfen werden, sondern immer irgendwas mit der Story zu tun haben. Und das, die schmeißen hier einfach Hinweise rein, wo man nicht mehr ansatzweise erahnen kann, was es sein könnte. Jedenfalls erinnert man auch ein normaler Zuschauer, wenn er sich nicht durchs halbe Netz durchliest. Kannst du mir oder hast du ne Theorie, warum jetzt der Mass Effect Doktor dann auch da drin ist? Und was ich mich beim Gucken immer gefragt habe, warum laufen Geister eigentlich immer stumm weg, wenn sie einem was zeigen wollen? Ich könnte mir vorstellen, dass er da drin war, weil er irgendwie sowieso mit ihm verbunden war. Aber letztendlich ist wahrscheinlich die Erklärung und diese große Aufgabe, die vor denen lag, dass ja das Mycelium, das Sporennetzwerk, wirklich alles verbindet. Und wenn das Sporennetzwerk gestorben ist, dann geht auch alle Universen in allen Welten drauf. Vielleicht ist es ja irgendwie... Ganz ehrlich, das habe ich auch nicht verstanden. Warum denn? Also, das habe ich auch nicht verstanden. Wieso denn? Also, es wird einfach behauptet. Es wird behauptet, weil dieses Netzwerk überall hinführt und scheinbar alles miteinander verbindet und eine gewisse Energie hat. Und deshalb, wenn das kaputt ist, ist auch alles kaputt. Eine richtige Erklärung hat man nicht dafür bekommen, aber ist einfach so da. Deshalb, ich kann es mir vorstellen, wenn es irgendwie so eine göttliche Funktion hat, die es ja scheinbar mittlerweile bekommen hat, sonst hätte es nicht solche Macht, alles zu zerstören, dann kann ich mir auch erklären, dass irgendwelche Seelen darin rumhüpfen. Ja, okay. Nehmen wir jetzt einmal so hin. Dann bin ich nur froh, dass mir nichts entgangen ist. Weil ich hatte irgendwie so, ist mir irgendwas entgangen? Habe ich irgendwas vergessen? Aber wenn du das auch so siehst, dann ist definitiv nichts entgangen, weil du merkst ja irgendwie so ein Gedönes. Ich meine, man kann ja noch weiter spekulieren. Vielleicht war es nicht er selber. Vielleicht war es gar nicht der Richtige. Vielleicht war es nur die Erinnerung an ihn und das Sporennetzwerk hat es gemacht, um Stamets zu motivieren, es zu retten. Ähnlich wie mit dem Propheten bei DS9. Ja, oder wie die Midi-Clorianer. Das waren übrigens einige Star-Wars-Anleihen drin. Mir kam auch in der anderen Folge, kam mir so dieser Plan, das war auch teilweise so, von der Wortwahl war es auch teilweise gleich. Together we'll rule the galaxy. Ja, sie ist halt die Mutter statt I'm your father, ja. Dann muss erst der Schild ausgeschaltet werden, damit der Kern dann gesprengt werden kann. Das kam mir auch irgendwie bekannt vor. Und vielleicht kommt dir das hier bekannt vor. Hör mal genau hin. Hast du erkannt? Das kann doch nur ein TIE Fighter sein. Ja, und weißt du, wo sie den Sound reingepackt haben? Als Lorca gestorben ist. Das ist der Todesschrei von Lorca, fand ich sehr lustig. Es gab aber noch einen anderen Sound, nämlich diesen hier. Der Sound kennen wir aus TNG, das ist Holodeck auf und zu. Hier wurde es verwendet als Start-Triebwerks-Sound für das Shuttle, mit dem die am Anfang wegkriegen. Also das Sound-Recycling ist überall zu hören. Ich hab da ein bisschen mal nachgeguckt, um zu gucken, ob denn da auch ILM irgendwie den Sound gemacht hat. Aber ich hab's spontan nicht rausfinden können. Falls irgendjemand da draußen weiß, wer für diese Sound-Effekte zuständig ist, dann kann er es uns ja mal in die Kommentare schreiben. Bei der Recherche bin ich aber drauf gestoßen, dass Pixel Mondo wieder im Spiel war. War ja auch mal eine Folge. Unsere guten Freunde von Game of Thrones. Genau, hatten wir ja auch mal eine Folge mit dem Jan Fiedler von Pixel Mondo, der uns ein bisschen was über die Tricks bei Game of Thrones erzählt hat. Könnt ihr ja auch mal reinhören. So, zurück zu der Folge. Also, wir waren da sehr viele Star-Wars-Parallelen so, also in der Story irgendwo drin. Es waren auch wieder lustige Dinge dabei. Exotische Energie fand ich sehr spaßig. Ja, die exotische Energie. Dass der Saru als Sklave gegessen wird, war ... Ja. Oh, also da ist mir das erste Mal in einer Star-Trek-Serie musste ich leicht aufwürgen. Das war in der Tat für mich eine Überraschung. Das war, das fand ich krass. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Und das ist mir leicht mein Essen hochgekommen. Ja, also ich saß auch so ein bisschen davor, so okay, ja, krass. Es ist halt einfach so, es ist halt einfach kein, ja, das Familiengefühl ist nicht mehr da. Das sind so Game of Thrones-mäßige Kills und kleine Twists am Rande. Ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich damit so nicht auf Dauer ein Problem habe, wenn ich mich einfach mit der Crew nicht so gut fühle. Ja, ich glaube, das Familiengefühl, wovon du immer redest, das wird sich jetzt demnächst einstellen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich bin ganz guter Dinge, dass das vielleicht kommen könnte. Genau, ich meine, man hat so ein paar kleine Ansätze da bekommen. Ein paar kleine Ansätze, die in Richtung klassisches Star Trek gehen. Gerade die nächste Folge, als die Crew, der, ich wollte jetzt gerade sagen Enterprise, aber der Discovery, dann zusammen sich setzt und nicht groß diskutieren müssen, sondern die Ideale der Föderation direkt vertritt. Ohne Diskussion sind alle drin und sind alle bereit, ihr Leben aufzugeben für das Ideal, um die Welt zu retten. Ja, da fand ich auch den Saru mal einen richtig guten Käpt'n. Ja. Da habe ich mir so gedacht so, oh, vielleicht macht der jetzt den Käpt'n. Das wäre natürlich nett, wenn es nicht noch den Prime Locker gäbe, der vielleicht noch existiert. Was mit dem ist, weiß man nicht, ne? Also wahrscheinlich könnte es ja sein, ist es so bei den Mirror Universe Folgen, die sind doch immer ausgetauscht worden eigentlich. Ja, nee, die auch dann doppelt, glaube ich. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass wenn, also der Locker kam ja hier jetzt über den Transporterunfall ins... Ja, so wie Kirk. Genau, so wie Kirk auch. Aber ich glaube nicht, dass sich dann der Primeline Locker dann in dem Umfeld löst. Oder auch, egal wo er ist, guck mal, der ist gerade auf dem Klo und dann, wo ist das? Also glaube ich jetzt nicht, die hüpfen dann da doppelt rum. Vielleicht hat er ihn ja umgebracht oder so. Ja. Ich meine, wäre interessant, Jason Isaacs noch in einer netteren Rolle mitzubekommen, dass er vielleicht mal die 180-Grad-Wende von dem typischen Böseweg spielt. Ich meine, Rika Schama war ja auch in diesen Folgen wieder zurück, die Landry gespielt hat, die in den ersten Folgen getötet wurde. Deshalb, es ist ja nichts ausgeschlossen, gerade durch diese Paralleluniversen und meiner Meinung nach auch Zeitreisen, die noch dazu kommen werden. Ja, eine kleine Zeitreise haben wir ja, aber da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, was das für Implikationen hat. Es gibt ja noch eine B-Story in dieser Folge. Richtig, es gibt ja noch eine B-Story. Und die geht aber fast ein bisschen unter, oder? Ja, jetzt muss ich nochmal schauen, was ist da passiert. Die haben, Wok ist jetzt drüben und die reden mit der gefangenen Larell, oder wie sie heißt. Und die soll jetzt helfen, Wok aka Tyler zu retten und einen von den beiden zu bevorzugen. Ich habe es nicht ganz verstanden, was da am Ende passiert ist. Ist jetzt Tyler am Ende derjenige, der rausgekommen ist, oder ist jetzt Tyler in der Tat richtig Wok? Ist jetzt Wok wieder komplett Wok, oder ist es so eine Mischperson? Was ist denn da passiert? Hast du das kapiert? Also ich nenne den Ash Fok. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Vor allem, weil man das ja dann in der zweiten Folge überhaupt nicht mehr, da hat man gar nichts mehr von gesehen. War ich auch ganz froh drüber. Eigentlich brauche ich die Story nicht unbedingt noch weiter folgen. Naja, wir werden sie jetzt halt wieder brauchen, denn wenn wir jetzt das Ende der Folge anschauen, wo wir dann neun Monate, also wir sind dann zurück im Prime Universe und dann neun Monate in der Zukunft und dann haben die Klingonen den Krieg gewonnen. Aber wie gesagt, da gehen wir ein bisschen später drauf ein. Erstmal gab es noch einen anderen Krieg zu gewinnen, nämlich den gegen die Imperatorin. Und ich meine, oder halt auch gegen Lorca. Also irgendwie gab es ja keinen eindeutigen Bösewicht bei der ganzen Nummer. Und auch, dass die Michaela die Imperatorin dann am Ende noch gerettet hat. Also das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unglaubwürdig, weil am Ende des Tages ist es doch nur das Aussehen. Genau. Es ist halt nur so aus. Es ist nicht logisch. Es ist nicht logisch. Aber ich würde jetzt behaupten, es gibt doch einen Bösewicht definitiv, der sich am Ende rauskristallisiert hat. Und zwar Lorca. Aber du kannst aber auch nicht wirklich mit der Imperatorin routen, weil das ist halt auch eine Diktatorin und Massenmörderin. Die wurde ja vorher so aufgebauscht und da wurde gesagt, dass sie so grausam ist. Und jetzt soll sie plötzlich nicht mehr so grausam sein. Habe ich genauso ein Problem mit wie mit Lorca. Ich meine, ich mochte Lorca als Kapitän. Ich konnte ihn mir gut ansehen und mochte diesen Zwiespalt, dass er vielleicht nicht so ganz idealistisch drauf ist wie die Föderation. Oder die Föderationsregel sich ein bisschen zurecht biegt. Genau, die Föderationsregel in sich zurecht biegt. Und wenn man so in dieser Grauzone weiter agiert hätte, vielleicht wäre er schon interessant gewesen, seine Story noch ein bisschen weiter zu beleuchten. Vielleicht ist er ja gar nicht so ein grausamer Rassist gewesen, wie er sich am Ende rausgestellt hat. Hier geht Star Trek wieder den einfachsten Weg und es wird ein Switch umgelegt und auf einmal ist er der böse, der ultra-böse Lorca, der ja alle nur immer verarscht hat und der ultra-rassistisch drauf ist und nur seine Herrschaft durchzwingen will. Was überhaupt gar nicht mehr zu dem Lorca passt, den wir bisher kennengelernt haben. Und so zu verstellen über Jahre, funktioniert für mich nicht. Ja, und ich habe auch dann niemanden, wie gesagt, für den ich jetzt wirklich, es gab niemanden, für den ich Partei ergreifen kann. Ja. Und in dieser Folge extremer als in allen anderen, weil für die Michaela kannst du nicht wirklich sein, weil die ist halt auch manchmal einfach nur doof, ja, aber hier, dann, warum sollte ich denn für die Imperatorin sein? Ich kenne die nicht, die sieht halt nur so aus, aber that's it, ja. Und der Lorca ist halt auch einfach nur ein Massenmörder, als er das ganze Schiff mit dem Giftgas flutet. Genau, dass auch plötzlich so eine Erfindung aus dem Nichts war. Genau, ja. Was dann, ja, also was ich ganz gut fand, war so ein bisschen, dieser Mexican Stand-Off, der hatte so diesen kleinen Twist mit diesem, mit diesem Energieschild und dann mit den, mit den Waffen an der Wand und so, das war irgendwie mal was andere, ein bisschen was anderes, ja. Das hatte für mich noch mehr Flash Gordon Style als der Rest. Ja, das war schon ein bisschen Flash Gordon, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Und vor allem den klassischen Star Trek eher, mehr dieses, dieses Western-Feeling. Ja, so ein bisschen das Western-Feeling. Aber genau, wir springen jetzt von der, wir haben jetzt die eine Folge abgeschlossen. Wir springen doch immer jung. Wir springen doch. Ja, aber Lorca hat sich rausgestellt, dass er doch böse ist, was wir ja irgendwie, wann haben wir das erste Mal in unseren Folgen das gesagt? Bestimmt vor drei, vier Folgen haben wir das schon spekuliert. Zumindest, dass er nicht ganz so nett ist. Ich glaube, das erste Mal haben wir es gesagt, ich glaube, gleich nach der zweiten, dritten, vierten Folge, als man seinen Waffenraum da gesehen hat. Ja, ja, genau. Jetzt springen wir in die nächste Folge, die ich im Gegensatz zu dem ersten Teil viel besser fand. Sie hat zwar auch absolut keinen Sinn gemacht und es war am Ende nur Geballer und schöne Optik, was Discovery ja richtig gut kann. Also, der Stil davon ist ziemlich geil. Die Visuals sind richtig, richtig gut und machen auch Spaß. Wenn die Drehbücher noch ein bisschen dabei sein würden. Ich meine, selbst die Schauspieler, die Schauspieler scheinen ja richtig Spaß dahinter zu haben. Ich meine, schau dir mal Jason Isaacs an. Der ist ja jetzt am Ende in seinem Bösewicht so richtig, richtig aufgegangen. Und die Michelle Yeoh als Imperator, dass die jetzt böse sein darf, da kam die auch viel besser rüber als der, ähm, der Föderationsloyale Kapitän. Und das hat wunderbar alles funktioniert. Aber das Skript hat einfach da nicht mitgehalten. Die Autoren sind nicht auf dem Level von der Qualität, den der Rest hat. Ja, und zwar in vielen Dingen. Zum einen das, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass das Twisting, also man könnte links gehen, man geht aber immer geradeaus. Und wenn man dann mal links geht, dann macht es irgendwie keinen Sinn. Also dann denkst du so, hä, was ich zum Beispiel auch, also dieser, dieser Wandel plötzlich, dass sie dann zusammenkämpfen, okay. Also sagen wir es mal so, dass sie zusammen kämpfen, kann ich ja noch verstehen. Das macht halt, äh, die, die Michael Burnham dann aus der Situation heraus. Okay, von mir aus, ja. Aber dass sie sie am Ende rettet. Und ganz ehrlich, woraus bestand denn dieser Plan? Aus Martial Arts und drauf hoffen, dass die Minions vom Locker nicht treffen. Das war der Plan. Ja. Das sind die ganz klassischen, was haben wir vor, Plan A. Das ist Plan A. Wir gehen rein, äh, ziehen unsere Pistole und hoffen das Beste. Ja, oder in dem Fall, ja, gehen sie halt rein und hoffen, dass sie mit einem Schlag nach hinten den Typ, der hinter ihnen steht, schnell genug entwaffen. Sehr viele, sehr viele, äh, Konjunktive in diesem Plan. Dafür fand ich schön, dass Steine wieder da sind. Auch im Mirror Universe gibt es Steine, wenn was explodiert. Da waren sie wieder. Ja, ich fand das Techno-Bubble schön. Die gute alte Warp-Blase, wofür man, eigentlich müsste man fast mal eine extra Folge machen und mal zusammentragen, wofür man Warp-Blasen alles verwenden kann. Vor allen Dingen in allen Zeits eben. Ja, Warp-Blase geht immer. Wenn dir nichts mehr einfällt als Drehbuchschreiber, Sektion 31 oder Warp-Blase geht immer. Aber Sektion 31, da habe ich ja in der ersten oder zweiten Folge drüber gelästert. Fällt dir nichts mehr ein, schreib Sektion 31 rein. Haben sie dann jetzt doch noch gar nicht gemacht. Ja, was haben wir drüber spekuliert? Aber war da nichts. Stimmt, wir haben erst gesagt, ob Lorca nicht von Sektion 31 kommt. Ja, genau. Oder die ganze Discovery. Die ganze Discovery. Ja, so mit dem... Da hatten sie ja noch dieses Special-Ops-Team. Ja. Das kam jetzt auch überhaupt nicht. Ich meine, das Special-Ops-Team hätte sich doch ideal angeboten, um die da rauszuholen aus diesem Schiff. Dafür habe ich ein Spec-Ops-Team. Auf jeden Fall. Ja, da hätte man das ja auch noch mal reinbringen können, dieses Mako-Team. Hat man auch nicht gemacht. Also... Plot-Convenience. Ja, eben. Viele, viele, viele Dinge, die dann so nicht ganz passen. Auch der Rücksprung, da habe ich dann irgendwie nicht verstanden. Der hat jetzt auch einfach nur aus dramaturgischen Effekten so lange gedauert. Ja, nicht ganz. Das haben sie schon vorher erklärt. Ja, dann ist mir das entgangen. Hieß es, dass der Rücksprung länger dauert? Ja. Die haben... Also einerseits ist jetzt diese unglaubliche Energiewelle freigesetzt worden, die ja wahrscheinlich nicht alles da drüben pulverisiert haben muss. Und diese muss erst mal genutzt werden. Also der Plan war ja, wenn das Ganze explodiert... Übrigens auch schön klassisch. Erst haben sie gesagt, wir haben keinen Ausweg, leider müssen wir draufgehen. Und dann, wir akzeptieren, versagen nicht. und dann haben sie doch einen Ausweg gefunden. Scotty, ich brauche es in zwei Stunden, ich mache es dir in einer. Genau. Aber letztendlich, genau, die versuchen auf dieser Blase, die versuchen auf dieser Welle zu reiten und gleichzeitig den Sporenantrieb aufzuladen. Und genau, das ist... Soweit habe ich das verstanden. Aber warum dauerte dann der Sprung zehnmal so lange wie alle anderen? Ich gehe davon aus, erstens, weil sich das Sporennetzwerk wieder regeneriert hat. Das muss sich erst mal regenerieren, damit die zurückfinden. Und dann muss damit überhaupt die Koordinaten einmal finden. Ja, also stimmt, der muss ja die Koordinaten finden, die hatten ja kein... Genau. Und deshalb dieses Clearing in the Forest, was sie gesagt haben, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch genannt haben, aber das war ja schon auch ein paar Folgen vorher genannt, wurde diese Clearing in the Forest, was sie finden muss, um zurückzukommen. Ja, die Lichtung muss er finden und dann ist er der Musik gefolgt und so weiter. Ja, deshalb, das passt alles schon. Ich glaube, das war ganz gut dazu. Also ich habe es jedenfalls so verstanden, da habe ich mir jetzt keine... Nein, ich fand das jetzt auch nicht schlimm, ich habe mich nur gewundert, also ob mir irgendwas entgangen ist, ob das da... ob das irgendwie was sein sollte. Ja, und dann landen sie wieder in der Prime Line, im Prime Universe, im TOS Universe, im Prä-TOS Universe, wie auch immer, neun Monate vor... Nee, danach, neun Monate nach ihrem Verschwinden, obwohl es für sie ja vielleicht, sag ich mal, zwei, drei, vier, fünf Tage war. Ja. Neun Monate später und dann ziehen sie sich ein, woher auch immer, aus dem galaktischen Internet ein Karten-Update. Na gut, das können sie schon ohne Probleme machen. Erstens, weil die Konstellation der Sterne sich ja jedes Mal... Nein, nein, nein. Da können sie ja die Zeit bei bestimmen. Ja, das ist klar. Nee, nur wie der Verlauf ist, das meine ich. Okay, ja, das kann natürlich... Ja, das hat sich so ein bisschen nach Telekom-News angehört. Ja, und dann ziehen sie sich halt eben das neueste Karten-Update und siehe da, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt noch mal ins letzte Bild. Spring doch mal, du hast es doch parallel auf dem Tablet. In der letzten Folge auf den letzten Bildschirmen. Ist da noch irgendwo ein Föderationszeichen oder gibt's gar keine mehr? Ich meine, ich hätte zwei kleine Enklaven noch gesehen. Ja, also wir haben schon noch ein paar blaue Punkte, die da rumfliegen. Ich kann's nicht ganz genau entziffern, weil man manches nicht feststellen kann, ist das jetzt ein Planet und ist das jetzt Föderation. Also wenn man so die Verteilung von blau und rot sieht, dann ist rot deutlich mehr, scheinbar da eingerückt, aber es gibt noch ein bisschen paar blaue Basen dahinter. Aber die Namen kann man nicht erkennen? Nee, da sind keine Namen dran oder ich sehe auf jeden Fall keine Namen. Aber die Klingonen haben dazu gewonnen, definitiv. Boah, ziemlich eindeutig, würde ich mal sagen. Und jetzt sind wir an einer Ausgangssituation, zwei Folgen vor dem Ende. Die eigentlich am Ende nur noch Zeitreisen zulässt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also ich meine, wir haben ja immer noch dieses Netzwerk, das Sporennetzwerk, wo ich dran glaube, dass sie diesen Antrieb zerstören am Ende, weil es so riskant ist, überhaupt in dieses Sporennetzwerk reinzugehen. Weil wenn wieder irgendwer das Universum zerstören will, dann kann Kahn einfach da reinhüpfen und sein Virus verbreiten. Aber ja, also wenn sie diese Staffel noch auflösen wollen und vielleicht so ein bisschen ins klassische Star Trek zurückgehen möchten, dann haben sie keine andere Wahl. Also diese Situation ist uns aus der Star Trek-Historie nicht wirklich bekannt, soweit ich weiß. Ähnlich wie es bei Enterprise mit den Cindy war und der Erweiterung mit der Expense, die wir da hatten. Die gab es ja in den späteren Jahren auch nicht, weil sie dann Spoiler Alert in Staffel, Ende Staffel 3 wieder komplett zerstört wurde. und ich gehe davon hier ganz klar davon aus, weil wir ja nie irgendwie mitbekommen haben, dass die Klingonen so erstarkt sind, dass irgendein Trick, irgendeine Zeitreise stattfindet, um die wieder zurückzudrehen. Oder sie springen zurück ins Mirror Universe und holen sich da die Rebellen als Hilfe, weil die müssen jetzt ja nicht mehr gegen den Imperator kämpfen. Sind aber trocken, ja, die wurden aber größtenteils zerstört schon, oder? Ja, achso, die wurden ja auch zerstört, stimmt, habe ich vergessen. Ja, stimmt, die wurden ja auch zerstört. Aber ich meine, ein kleines Detail ist ja wieder passiert. Ähnlich wie uns der Sprung ins Mirror Universe angeteasert wurde, dadurch, dass man ganz kurz Lorca gesehen hat, wie er auf seinem Control Pad da was gemacht hat und dass er wohl dafür verantwortlich ist. Okay, so kurz ist es jetzt hier nicht. Haben wir ja ein kleines grünes Sporenfleckchen, was sich auf unsere Tilly draufsetzt. Hast du dazu eine Theorie oder eine Idee? Ich nicht. Also ich kann nur spekulieren, dass das Sporennetzwerk vielleicht doch ein Bewusstsein hat und sich deshalb einerseits als Stamets Freund ausgegeben hat und andererseits jetzt irgendwie dann Tilly beeinflusst und sagt, die Zeit, das funktioniert jetzt alles nicht, das passiert nicht, was vorausbestimmt ist und deshalb schicken wir euch zurück. Keine Ahnung. Das ist mir jetzt noch ein bisschen dünn. Ja, wie? Hast du dich noch ein bisschen was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir noch nicht große Gedanken darüber gemacht, habe viel dazu durchgelesen. Meine Theorie ist weiterhin, das hat irgendwas dann später mit dem Zeitsprung zu tun oder vielleicht wird der Tilly allmächtig und kann dann auf der Spur wie wird die erste Cue. Ja, genau. Nee, kann nicht sein, die Cues gibt es auch schon nämlich, aber Naja, mit Zeitreisen kann man das Continuum auch komplett einmal, also wenn die die erste Cue ist, dann reist sie zurück an den Anfang der Zeit und schafft das Continuum. Oh ja. Ja, wieso nicht? Oh mein Gott. Tilly als erste Cue. Ja. Nee, aber ich ich spekuliere, es kommt irgendwas wegen diesem grünen Häufchen zurück, dass sie allmächtig wird und dann vielleicht die Zeit sogar zurückdreht. Also ich wüsste gerade nicht, wie man sich aus dieser drehbuchschreiberischen Sackgasse wieder rausmanövrieren kann, außer über eine Zeitreise. Und das wäre echt bitter. Ja. Weil ich dann sagen würde, fällt euch echt nichts Neues ein, außer eine Zeitreise. Ernsthaft? Das sind ja die klassischen Stilmittel von Star Trek. Ja, aber es ist so, das sind wie die Adler bei Tolkien. Ja, wie die Adler bei Tolkien. Wenn nichts mehr geht, kommen die Adler und du fragst dich halt so die ganze Zeit, ja, warum haben die Adler nicht Frodo einfach von vornherein dahin geflogen und ihn von oben den Ringen reinwerfen lassen? Die Nummer wäre in einem Tag gegessen gewesen. Ja, aber auch hier kann ich wieder sagen, Herr der Ringe, die Adler haben ja nur gelesen, dahin zu fliegen. Weil keine Nazgul da auf dem Weg sie hätten aufhalten können, weil die ganz anderes zu tun hatten. Ah, Schnickschnack, Haarspaltereien. Nein, die Adler konnten nur jetzt nach Mordor eindringen, weil die Macht von Sauron schon längst erloschen war. Aber es sind ja nicht nur da, die Adler, die ihn da retten, die retten ja Gandalf von dem Turm runter, sie retten sie im Hobbit, von den Bäumen, die Adler retten sie ganze Zeit. Also eigentlich sind die Adler die großen Helden, aber gut, das hast du ja öfter. Mein Gott, die E-Books sind ja eigentlich auch die großen Helden. Und im Hobbit, war das im Hobbit oder Herr der Ringe in den Büchern, erfährt man ja auch, dass die Adler ziemlich eigensinnig sind. Also die haben eigentlich keinen Bock zu helfen. Was aber total dämlich ist, weil wenn Sauron gewinnt, also egal. Es ist kein Tolkien-Podcast hier. Gibt es eigentlich Tolkien-Podcast? Ganz sicher gibt es Tolkien-Podcast. Die haben das wahrscheinlich auch von vorne bis hinten, rechts, links, kreuz und quer schon mal durchgekaut. Ja, haben wir die zwei Folgen jetzt durchgekaut? Oder fällt dir noch irgendwie was zu ein? Ich glaube, das war's. Lass mich noch mal kurz überlegen. Hatte ich mir noch irgendwas notiert? Ich hatte mir noch notiert, dass die Imperatorin mal kurz einen auf Yondu macht. Ganz witzig, mit dem fliegenden Star Trek-Imblem, wo sie mal kurz ihren kompletten Rad dann killt. Okay, das stimmt. Was ihr dann von der Lorca auch so ja, alles verziehen wird? Also, was machen sie denn jetzt mit der? Nehmen sie die jetzt? Darüber könnten wir noch reden. Was machen sie denn jetzt mit der? Nehmen sie die jetzt und sagen, hey, wir haben uns geirrt, die Georgiou ist doch nicht tot. Hier ist sie wieder. Oder geht die jetzt aufs alten Teil? Ich kann mir vorstellen, ich meine, jetzt haben wir einen Klingonen-Krieg vor uns. Jetzt müssen die in die Rebellion gehen und sie in den Erfahrungen kriegen. Sie weiß ja, wie vielleicht so ein Imperium vorgeht, um die Widerstände niederzuschlagen. Also hat sie, jetzt haben wir Lorca nicht mehr, der Kriegserfahrung hat, jetzt haben wir sie, die Kriegserfahrung hat. Und was machen wir mit dem Ashwog? Ashwog, wenn es am Ende keine Zeitreisen gibt, dann wird der zum Schluss der Imperator vom Klingonischen Imperium, der Herrscher vom Klingonischen Imperium, der alles übernimmt und die Klingonen so vereint und die wieder abziehen lässt. Und weil er der neue Imperator wird, wollen alle Klingonen ihm modisch nacheifern und lassen sich ihre Stirnplatten absägen. Und deswegen sehen die bei Captain Kirk so aus. Ha! Ein großer Kreis. So. So. Jetzt ergibt alles Sinn. Ganz klar ist, dass wir am Abschluss dieser zwei Folgen irgendwie zu einem Status Quo zurückkehren müssen. Wir haben einen gewissen Status Quo und dann einen kleinen What-the-fuck-Kleffinger. Aber Status Quo muss sein. Das glaube ich, da wird diese Serie nicht drum rum kommen. Was wäre für dich denn Status Quo? Also nach dem Motto, hey, wir haben jetzt alle Föderationsraumschiffe zusammen, wir gehen jetzt zum Über. Oder so irgendwas. Status Quo wäre, wir haben Klingonen besiegt oder die Bedrohung ist jetzt weg. Die Föderation ist wieder die Föderation. Und jetzt können wir uns zurück aufs Entdecken konzentrieren und müssen natürlich vielleicht noch die Folgen des Krieges verarbeiten. Also du glaubst wirklich, dass es irgendeine Kai-aus-der-Kiste-Lösung gibt, die diesen Krieg in den nächsten zwei Folgen beendet? Entweder Zeitreise oder wahrscheinlich jetzt so, wie ich drüber nachdenke, wird es eher die offensichtlichere, wenn man den Stil dieser Serie betrachtet, wird es eher die Lösung sein. Wok wird irgendwas machen, damit die Klingonen aufhören. Sie verleihen die Philippa, wird sich am Ende wahrscheinlich selber opfern, weil ich weiß nicht, ob Michelle-Jo in der Staffel zwei noch unter Vertrag ist. Und am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen mit ein paar Verlusten. Und die nächste Staffel ist einerseits die Verarbeitung des Krieges, aber andererseits endlich auf Entdeckungsreise zu gehen oder den großen Cliffhanger aufzulösen. Weiß ich nicht. Ich hab keine Idee, ich sag's ganz ehrlich, ich hab keine Idee. Ich tippe auf einen Keil in der Kiste im Moment. Ich hoffe nicht, dass es eine Zeitreise ist, dass wir grausam. Okay, gucken wir mal, was passiert, aber ich tippe ganz stark auf den Keil in der Oder halt, die zweite Staffel geht komplett um die Föderation in der Defensive. Fände ich im Zweifel dann sogar die etwas spannendere Folge, aber dann hätte ich eigentlich den ganzen Gedön sich jetzt mit dem Mirror, dann war das Mirror Universe völlig umsonst. Naja, das Mirror Universe musste ja jetzt locker erklären, wo er herkommt. Ja, okay, aber es war ja dann sinnlos, es hat ja dann jetzt was aufgebaut, was ich nicht mehr brauche. Genau. Und was auch nur mäßig interessant war. Naja, einerseits hat Lorca erklärt, andererseits ist so eine Art Wiedergutmachungs- Storyline für Michael Burnham. Sie kann mit ihrer Vergangenheit abschließen und Ja, okay, unter den Aspekten kann man es durchaus so sehen. Ja, deshalb und es muss natürlich noch irgendwie eine Bedrohung für das Netzwerk der Sporen geben. Oder die Borg, nee, das kann nicht sein, die kommen erst später. Ja, alles nicht so einfach. Jetzt hatte ich gerade eben noch irgendwie Dank, nur ist er weg. Da war es auch nicht. Passiert. Passiert. Wir haben ja noch zwei Folgen vor uns, beziehungsweise eine Folge Nerdizismus, die die zwei Folgen bespricht. Wir haben aber noch ganz andere Sachen vor uns, denn wenn ihr Nerdizismus und die Track-Nerds mal live erleben wollt, dann habt ihr dafür mehrfach in diesem Jahr Gelegenheit. denn die Con-Season hat begonnen und wir sind froh und stolz auch darauf, dass wir auf diversen Cons Teil des Programms sein dürfen. Die nächste, die ansteht, ist die Magic Con im März in Bonn. Das ist allerdings jetzt eher was für die Tolkien und Herr der Ringe und Harry Potter Fans unter euch. Wir sind auf der Fat Con, auch wieder in Bonn. Da werden wir unser berühmt-berüchtigtes Nerd-Quiz spielen und wir werden live on stage einen Cast Blast haben. Wer noch nicht weiß, was ein Cast Blast ist, da vereinigen die Nerdizisten ganz viele Podcasts auf der Bühne, Macher und Hosts von Podcasts und wir sprechen entweder über ein bestimmtes Thema oder darum, wie es ist, Podcasts zu machen und das Cast Blast auf der Fat Con hat natürlich ein ganz spezielles Thema, da treffen wir uns dann mit anderen Star Trek Podcasts. Da sind ganz viele illustre Namen dabei, da wird zum Beispiel dabei sein der Track am Dienstag Cast, da wird das Discovery Panel dabei sein, Radio Star Trek wird dabei sein und noch viele, viele mehr und wir hoffen, dass ihr auch da seid und dann haben wir noch einen zweiten Aufruf, wenn ihr auf der Fat Con seid und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, da spielen wir ja unser berühmtes Nerdquiz und wenn ihr Bock habt, live on stage mit uns euer Nerdquiz oder euer Nerdwissen zu testen, dann bewerbt euch, schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus .de oder schreibt es in irgendeinen der Social Media Kanäle als Private Message oder auf die Kommentare unter dieser Folge und dann werfen wir alles in einen Topf und werden dann ein paar Kandidaten ziehen, die mit uns live on stage also Nerdquiz spielen. Ja, wenn ihr das machen wollt, dann freuen wir uns da drauf, ansonsten haben wir ja vorhin gesagt, wenn ihr uns irgendwie kommentieren wollt, eure Meinung, eure Theorien, wie es jetzt weitergeht, kommentieren wollt und mitteilen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail und in diesem Sinne, ich bin mal gespannt, wie nächste Woche weitergeht, ich habe ein bisschen Angst, aber gucken wir mal, was passiert, was passiert, dass du Angst hast, also, dann sag jetzt mal Tschüss, Tschö, Tschö. Tschö. Tschö.